Heute geht es um lokale Web-Server. Los geht's! So, herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Heute gibt es mal ein Thema, das ich auf diesem Shell noch nicht behandelt habe. Deswegen werde ich jetzt auch ein bisschen mehr reden als sonst in den Videos. Was heißt, jeder, der von euch jetzt erwartet, dass wir programmieren, das gibt es erst nächste Woche wieder, der kann jetzt theoretisch gedroht ausschalten. Allerdings würde ich das niemandem empfehlen, weil das, was ich in diesem Video ein bisschen ansprechen möchte, theoretisch viele von euch betrifft bzw. betreffen könnte. Und zwar das Thema lokale Entwicklungsumgebung, wie man lokal Server hostet, wie man beispielsweise Node-Sachen hostet, wie man Datenbanken teilen kann, solche Geschichten. Das Ganze hat mich jetzt in den letzten Jahren immer wieder betroffen. Immer wieder habe ich mit Freunden an irgendwas gearbeitet und wir haben lokal, wollten wir an einer Entwicklungsumgebung arbeiten, hatten keinen Server zur Verfügung, weil viele Web-Server haben eine begrenzte Anzahl an Datenbanken, vor allem die günstigen. Bei den teuren will ich gar nicht anfangen, da ist das kein Problem mehr. Allerdings muss man hier auch sehen, teure Web-Server kosten eine Menge Geld und das monatlich, meist über viele Monate, lange Vertragslaufzeiten und so weiter. Was heißt, das ist oft nicht richtig eine Option für ein kleines Nebenher-Projekt im Studium oder so etwas. Vor allem, wenn man überlegt, Node-Sachen zu hosten, dann fängt das Ganze an, richtig komplex zu werden, bis man da erstmal einen richtig guten Server gefunden hat und auch, was der dann kostet, was der kann, was der performance-technisch liefert. In diesem Zusammenhang habe ich vor einiger Zeit entdeckt, dass ein elektronisches Gerät, sag ich mal, was ich seit vielen Jahren im Betrieb habe, und zwar ein NAS, was ich einfach zur Datensicherung, da sind alle YouTube-Videos drauf, da sind meine ganzen Projekte als Freelancer drauf, da sind private Bilder drauf und alles Mögliche, was ich nutze, um einfach Daten zu sichern, auch Webseiten hosten kann und nicht nur Webseiten, sondern halt auch Node-Packages, was heißt, Socket.io, JSON-Server können alle damit gehostet werden, ich kann die lokal zur Entwicklung nutzen, muss nicht nebenher auf meinem Rechner noch den Server hosten, an dem ich auch gleichzeitig den Client entwickle und so weiter. Das ist einfach viel angenehmer, wenn es dann wirklich mal richtig funktionieren soll, habe ich direkt mit einer Serverumgebung gearbeitet und kann das auch so testen. Wie man das Ganze macht, werde ich in diesem Video erklären, grob erklären, deswegen möchte ich vorneweg noch zwei kleine Disclaimer raushauen. Nummer eins, es ist kein Werbevideo, was heißt, ich werde weder Produkte verlinken, noch werde ich gezielt über Produktthemen sprechen, was heißt, wie viele Grammspeicher brauche ich oder welche Version brauche ich und welche Programme und welche Hersteller ist gut, welche Hersteller ist schlecht oder irgend so etwas, das ist nicht Thema dieses Videos, das möchte ich nicht ansprechen, sondern es geht wirklich nur darum, das ist damit möglich, man kann es relativ simpel machen, aber ihr werdet, um das so nachmachen zu müssen, wahrscheinlich schon noch ein bisschen mehr Zeit investieren als diese zehn Minuten dieses Videos und der zweite Disclaimer ist, wie ich schon sagte, ihr müsst wahrscheinlich ein bisschen mehr Zeit investieren, was heißt Berechtigungen, Portfreigaben in der Fritzbox, solche Geschichten, Verschlüsselung, also SSL-Zertifikate kaufen bzw. sich selbst ausstellen, diese ganzen Themen sind nicht ganz ohne, sind teilweise relativ zeitintensiv, um sich damit auseinanderzusetzen. Ich habe unten in der Videobeschreibung einen Kanal verlinkt, den ich damals selbst geguckt habe, als ich vor ein paar Jahren angefangen habe, mich mit meinem Nest zu beschäftigen und der hat viele gute Videos, ist sehr, sehr gut im Erklären und das kann ich nur jedem befehlen, sich damit zu beschäftigen bzw. die Videos anzugucken, wenn man überlegt, sowas selbst zu machen. Wie gesagt, wir haben genug geredet, wir legen jetzt direkt los, auf geht's! So, wir starten heute als erstes mal mit ein bisschen Theorie und zwar was mit der Frage, was ist ein Webserver? Ein Webserver ist nichts anderes als ein Computer, den ihr auch in Form eines Laptops oder eines normalen Desktop-Computers bei euch zu Hause stehen habt. Nur, dass er etwa so aussieht und eigentlich aus vielen, vielen, vielen kleinen Computern besteht, also aus vielen, vielen Prozessoren, viel RAM-Speicher, viel Festplatten und gegebenenfalls auch Grafikkarten. Meistens steht er auch nicht alleine da, sondern meistens noch mit ein paar anderen und das sind teilweise Lagerhallen voll mit diesen Serverschränken, wo einfach viele kleine Computer für sich laufen. Die sind 24, 7, 365 Tage im Jahr erreichbar im besten Fall und ermöglichen, dass ihr von überall, von jedem Laptop aus dem Internet darauf zugreifen könnt. Diese Server unterscheiden sich von lokalen Webservern eigentlich nicht sonderlich viel. Und zwar ein lokaler Webserver sieht auch so aus. Es ist dieselbe Software, nur dass sie in eurem Laptop läuft. Was heißt, in dem Moment, wo ihr beispielsweise SAM startet, macht ihr nichts anderes als das, was Strato, was 1&1, was Alpha Hosting, Domain Factory oder One oder wie sie alle heißen, auch machen. Ihr hostet beispielsweise einen Apache-Server, um dort PHP laufen zu lassen, um einen Web-Server zu betreiben. Die Vor- und Nachteile dieser Systeme, also die Vor- und Nachteile von lokalen Servern, ist eigentlich, dass sie sehr performant laufen. Es gibt keine Verbindungsprobleme. Ihr habt keine Kabel dazwischen, sondern ihr könnt Dateien direkt anfassen. Ihr müsst sie nicht hochladen, nicht runterladen. Es gibt keine Ping-Probleme, keine Latenzprobleme. Es ist alles direkt auf eurem Server. Die größten Nachteile sind, dass man mehr oder weniger in dem Moment, wo ihr euren Laptop ausmacht, ist der Server nicht mehr da. Das heißt, wenn ihr beispielsweise mit zwei Geräten arbeitet, ab und zu mit eurem Laptop, ab und zu mit eurem Rechner, ist der Server in dem Moment nicht mehr erreichbar, wenn ihr euer Device ausmacht. Ihr könnt das Problem jetzt einfach lösen und euren Rechner permanent anlassen. Der frisst allerdings relativ viel Strom und ist vielleicht auch nicht sonderlich leise. Es steht vielleicht irgendwo in eurem Zimmer und das ist alles nicht sonderlich gut. Hier kommt etwas zum Tragen, ein kleines technisches Gerät, wie ich schon sagte, nämlich ein NAS. Ein NAS bedeutet Network Attached Storage. Das ist nichts anderes als eine Festplatte, die per Ethernet-Kabel, also LAN-Kabel, an eurem Router, an eurem Switch hängt und dort im Netzwerk integriert ist. Allerdings ist ein NAS nicht einfach nur eine Festplatte, sondern ein kleiner Computer. Da ist meistens ein bisschen RAM-Speicher drin, da ist ein Prozessor drin, da läuft in den meisten Fällen ein Betriebssystem drauf, beispielsweise QoS oder von Synology, auch ein Betriebssystem, ich weiß nicht, wie es heißt, mit dem ihr eine ganze Menge machen könnt. Also ein NAS ist wie ein kleiner Computer mit Festplatte, der sehr wenig Strom verbraucht und für viele Aufgaben eines Web-Servers mehr als geeignet ist. Beispielsweise, wir gehen davon aus, es gibt einen Router, ein Switch, der zusammen mit vielen Geräten, beispielsweise in einer kleinen Agentur oder bei euch zu Hause, wenn ihr mit Freunden etwas baut, für ein Netzwerk sorgt. Theoretisch könnte jetzt einer dieser drei Clients einfach einen Web-Server öffnen, wie beispielsweise ZAMP, und ihn für die anderen über Ports freigeben, sodass die anderen auf einem der drei Laptops einfach einen Server haben, den sie ansteuern können. Das funktioniert natürlich wunderbar, bis zu dem Zeitpunkt, wenn einer weg muss, der den Server hostet, dann können die anderen nicht weitermachen. Das ist eigentlich unpraktikabel, sehr unperformant und nicht wirklich praktisch. Ein NAS ist nichts anderes als ein weiterer Computer im Netzwerk. Er wird als Computer angezeigt im Switch, er funktioniert normal wie ein Computer und sehr gute NAS, sehr teure NAS, die können auch wirklich wie ein Windows-Computer, also ein Windows-Computer, ein Linux-Computer oder sowas visualisieren. Aber das ist ein Thema für sich. Dieser hängt ebenfalls am Switch und alle können darauf zugreifen. Wenn ihr also auf eurem NAS eine Webseite hostet, eine Entwicklungsumgebung hostet, dann können alle aus dem Netzwerk darauf zugreifen, auch beispielsweise die WordPress-Datenbank, um bei sich lokal mit WordPress zu entwickeln. Wenn einer dann weggeht, beispielsweise jemand geht nach Hause, macht Feierabend, können die anderen zwei trotzdem ohne Probleme weiterentwickeln, ohne auf die Performantheit eines lokalen Web-Servers zu verzichten oder einfach, weil es praktikabler ist, kostengünstiger ist, einfach lokal zu arbeiten und sich nicht für jedes Projekt direkt einen neuen Web-Server anzumieten. Wie gesagt, ob es wirklich sinnvoll ist, hängt von jedem Anwendungsfall selbst ab. Wenn ihr natürlich eine große Firma seid, dann lohnt es sich einfach, irgendwo einen großen Dedicated-Server zu mieten. Dann kann man das deutlich besser machen. Hier finde ich es persönlich sehr praktisch für kleine Projekte und das werden wir uns heute angucken. Und zwar jetzt als nächstes, wie man einen Web-Server initialisiert. So, los geht's mit dem heutigen Video. Als erstes werden wir heute einen Web-Server anlegen. Das Ganze ist ziemlich easy. Ich sage hier Systemsteuerung. Habe dann hier ein riesengroßes Fenster mit allen Einstellungen, die ich bei diesem QNAP treffen kann. Klicke hier unten auf Web-Server, kriege dann ein neues Fenster, zoome hier mal etwas rein, damit man was besser sieht. Und hier sage ich Web-Server aktivieren. Ich habe nicht den sicheren HTTPS-Protokoll verwendet, weil ich habe kein, ja, erstens, ich habe kein Zertifikat, was heißt, es würde permanent zu Problemen führen. Und zweitens, ich bin sowieso nur in meinem lokalen Netzwerk, was heißt, es kann eh niemand auf diesen Server zugreifen, der nicht eh in meinem WLAN ist. Deswegen ignoriere ich das jetzt erstmal. Wer natürlich möchte, dass sein Server auch im Internet erreichbar ist oder so etwas, der sollte auf jeden Fall das hier aktivieren und sich ein Zertifikat besorgen. Das nächste, wir brauchen einen virtuellen Host. Hier habe ich das Ganze schon aktiviert und ich könnte mir jetzt hier einen virtuellen Host anlegen. Dazu kriegt man hier so ein kleines Formular. Allerdings brauchen wir erstmal ein Verzeichnis, in dem wir das Ganze speichern können, weil irgendwo drin müssen ja unsere Websites liegen. Hierzu klicken wir auf File Station. In der File Station können wir dann auswählen Web. Hier drin liegen nämlich alle Dokumente. Ich suche mal ein bisschen ran. Ups. Hier drin liegen alle Dokumente, die mit unserem Webserver zu tun haben, beispielsweise PHP My Admin. Und hier sage ich einfach, ich möchte jetzt einen neuen Ordner erstellen. Sage, der Ordner heißt Demo. Ziehe das mal wieder hier rein. Sage OK. Und habe jetzt hier ein neues Verzeichnis namens Demo. Und gehe jetzt zurück in unseren virtuellen Host Manager. Sage, ich möchte einen virtuellen Host anlegen. Sage, der Host-Namen heißt Demo. Könnte auch Projekt XY heißen oder so. Sage, ich möchte ein Verzeichnis auswählen. Sage hier, ich möchte Demo auswählen. Und ich sage die Portnummer 3366. Die ist jetzt einfach per Zufall gewählt. Ihr solltet da gucken, dass diese Portnummer von keinem anderen Programm, Website, virtuellen Server, virtuellen Maschine, Container oder irgendwas auf dem NAS verwendet wird. Sonst würde es zu Problemen führen. Deswegen müsst ihr da einfach etwas nehmen, was relativ unwahrscheinlich ist, dass es genommen wurde. Es gibt aber für jeden Anbieter, also auch Synology und Western Digital und sowas, gibt es genaue Listen, welche Ports die standardmäßig nutzen. Jetzt erstellen wir uns das Ganze einmal und das dauert jetzt kurz. Hier ist es schon. Ich zoome mal wieder etwas raus. Hier haben wir jetzt unseren Port. Wir können ihn hier bearbeiten, wenn wir wollen. Wir haben hier den Portnummer. Und wenn ich jetzt hier oben in unser wunderbares, in den Browser gehe und sage 102168.0.20, das ist die IP, die meinen Router, meinem NAS gegeben hat. Sage Doppelpunkt 3366, drücke Enter und ich kriege einen Verbitten. Das liegt daran, weil wir gehen jetzt zwar auf unseren Web-Server in dieses Verzeichnis, allerdings liegt da ja noch gar nichts drin. Und das ändern wir jetzt ganz schnell, indem wir sagen, wir gehen jetzt wieder in die File-Station, gehen hier auf Demo, sagen, wir möchten etwas hochladen, eine Datei. Ich habe hier auf dem Desktop schon eine Index vorbereitet. Die lade ich jetzt einfach hoch und zack, da ist sie gleich. Und jetzt können wir das Ganze hier einfach mal aktualisieren. Und wir haben hier Hallo drin. Ich muss nochmal ranzoomen. So, jetzt haben wir hier Hallo in unserer Webseite und wir können hier noch viel mehr machen. Wir können jetzt beispielsweise sagen, wir möchten diese Datei bearbeiten. Dann können wir die bearbeiten und wieder hier rüber hochladen und so weiter. Aber das ist relativ unständlich und das wäre ja komplexer, als wenn ich jetzt beispielsweise mit ZAMP oder so arbeite. Deswegen machen wir uns das Ganze einfach. Wir öffnen den Datei Explorer, gehen hier auf dieser PC, sagen Netzwerk, Laufwerk, verbinden, kriegen ein schönes Fenster. Hierzu zoome ich mal wieder etwas ran und sage, ich möchte jetzt hier etwas verbinden. Und zwar sage ich slash slash 192.168.0.20 slash web. Und das sage ich, weil ich ja den Web-Ordner verbinden möchte. sage Fertigstellen, habe hier Admin. Mein Passwort ist in diesem Moment Admin, weil es eh resettet wird. Und sage OK. Und in dem Moment habe ich jetzt hier ein neues Verzeichnis aufgemacht. Ihr seht jetzt, ich habe hier eine neue Festplatte. Und hier ist Demo und hier ist unsere Index.html. Das Ganze kann ich jetzt einfach mit Atom öffnen. Und könnt ihr jetzt an diesem Projekt weiterarbeiten. Ihr könntet beispielsweise hier rein einfach direkt, ja, ich würde hier drin im Prinzip noch zwei weitere Ordner machen normalerweise. Einmal halt meine Standardentwicklungsumgebung und dann später in dem QNAP einfach sagen, OK, der Hostname geht auf den Distribution-Ordner. Ordner, also nicht das ganze Verzeichnis, sondern halt wirklich nur ein gezielter Ordner. Und hier können wir jetzt einfach sagen, OK, wir haben hier Demo und sagen hier 1, 2, 3. Speichern das Ganze ab. Zack, aktualisieren das hier einmal. Und jetzt müsste das Ganze mit 1, 2, 3 aktualisiert sein. Was heißt, es funktioniert schon mal wunderbar. Wir haben jetzt im Prinzip einen Web-Server, mit dem wir arbeiten können. Und wir können natürlich hier noch ganz andere Sachen machen, zum Beispiel Index.php. Was heißt, wir können jetzt diese Datei hier schließen und sagen hier php, zack, und sagen hier Echo, hallo. So, speichern das Ganze ab. Hier drin aktualisieren wir das Ganze. Und er greift natürlich, glaube ich, immer noch auf unsere alte Datei zu, weil die noch existiert. Das heißt, die müssen wir einmal löschen. Move to Trash. Geht nicht. Warum geht es nicht? Weil sie hier drin verwendet wird von dem Server. Das heißt, wir nennen sie jetzt einfach mal um. So, und aktualisieren das hier einmal. Und zack, haben wir hier Hallo stehen. Was heißt, auch eure php-Skripte beispielsweise funktionieren wunderbar. Was heißt, ihr könnt hier wunderbar auch mit php irgendwelche Datenbank-Anbindungen und so etwas machen. Und das ist der nächste Punkt. Nachdem wir im Prinzip jetzt gesehen haben, wir können uns einen Web-Server aufsetzen, können wir auch einfach über die App, über das App-Center im Prinzip bei QNAP, ich glaube, bei Synology heißt das irgendwie etwas anders, können wir uns phpMyAdmin installieren. Und wir können vor allem, wenn wir das Ganze gemacht haben, das habe ich hier schon, über die Systemsteuerung, hier unten, wo ist es, Web-Server, SQL-Server, können wir hier unseren SQL-Server aktivieren. Ich zoome hier mal wieder etwas rein. Und kann hier einfach sagen, okay, SQL-Server ist alles aktiviert, Portnummer 3306. Was heißt, ihr müsst, um auf die Datenbank zugreifen zu können, einfach wieder eure QNAP oder Synology IP eingeben mit dem Port 336 und könnt dann darauf zugreifen. Um das Ganze zu bearbeiten beispielsweise, können wir das einfach über phpMyAdmin, wenn ich hier draufklicke, öffnet sich das automatisch schon in einem neuen Tab. Was heißt, es öffnet sich automatisch wieder mit der IP und dahinter phpMyAdmin. Standardmäßig müsste es, glaube ich, Root und Admin sein. Aktualisiere ich mal. Und ja, es hat funktioniert. Wir sind in phpMyAdmin. Ich könnte jetzt sagen, hier, ich möchte eine neue Datenbank anlegen. Zack, und habe jetzt eine neue Datenbank angelegt mit ASD, ASD. Was heißt, ihr könnt hiermit ohne größere Probleme eigene Datenbanken aufsetzen und die bei euch selber hosten. Und das Schöne ist halt, sie sind lokal im Netzwerk verfügbar. Was heißt, ihr könnt eine Datenbank, zum Beispiel WordPress, aufsetzen und die auf eurem Laptop und auf eurem Rechner oder auch, wenn ihr in einem Team arbeitet, auf mehreren Geräten nutzen, ohne dass man sie direkt online stellen muss oder dass ihr einen Server braucht. Ich habe vielleicht für php jetzt nicht so viel Anwendung, aber es gibt noch einen weiteren Punkt. Das ist der dritte, den wir uns heute ansehen. Und das ist meiner Meinung nach der deutlich mit Abstand am interessantesten Punkt. Und zwar kann man mit diesem NAS auch im Prinzip sehr einfach Node-Anwendungen hosten. Und das machen wir jetzt. So, das Erste, was ihr machen müsst, damit Node-Anwendungen bei euch laufen, ist, wieder auf das App-Center zu klicken. Und hier ein, was wir installieren, und zwar einfach Node in der neuesten Version, in dem Fall V8. Und wenn man das gemacht hat, ein weiteres Programm zu inszenieren auf einem Rechner, und zwar Putty, alle Mac-User unter euch müssen das nicht. Nur Windows kann nicht auf SSH zugreifen. SSH ist einfach eine Möglichkeit, die Konsole direkt auf dem NAS zu starten. In unserem Fall sagen wir jetzt hier, okay, ich möchte auf die IP, die wir gerade schon kennen, ich zoome mal wieder etwas ran, zugreifen, also 192.168.0.20. Und der Port ist standardmäßig 22, um auf SSH zugreifen zu können. Jetzt sagen wir einfach nur noch, okay, ich möchte das Ganze öffnen und sage, ja, möchte ich generieren und kriege jetzt einfach ein Konsolenfenster. Und kann jetzt hier sagen, ich möchte mich als Admin einloggen, dann werde ich nach dem Passwort gefragt. Bei SSH, das Passwort wird nicht angezeigt, was heißt, wenn ich das jetzt eintippe und Enter drücke, habe ich es eingetippt, aber ihr seht nicht, dass ihr irgendwas eingetippt habt. Das ist am Anfang ein bisschen verwirrend, was heißt, einfach eintippen, Enter und das Ganze lockt sich ein, sofern das Passwort korrekt war. Jetzt bin ich auf dem Server und kann mit Linux-Befehlen hier einfach ein bisschen rumhantieren, was heißt, einfach ls. Und mir wird angezeigt, ich bin aktuell im Index, also da ist nur eine Datei. Was heißt, ich bin noch nicht im richtigen Verzeichnis und gehe mit cd.p. slash einfach ein Verzeichnis höher. Was gibt es hier? Hier gibt es schon deutlich mehr Ordner, in die ich reingehen kann. Unter anderem auch hier unseren Share-Ordner. Wo ist er? Hier oben. Unser Share-Ordner, da wollen wir rein. Was heißt, da drin liegt unser Web-Server. Und hier sagen wir jetzt einfach cd. Share, Enter. Sagen ls. Und hier sehen wir jetzt auch wieder, okay, wir haben hier unseren Web-Server. Da gehen wir jetzt wieder rein. Web, zack. cd. Web. Jetzt sind wir im Web-Verzeichnis. Was heißt, wenn ich das jetzt auslesen lasse, sehen wir hier wieder unsere Demo. Und wir wollen jetzt einen neuen Ordner anlegen. Das könnten wir jetzt wieder über File Station oder einfach über unsere Anbindung in der Datenbank. Oder wir machen es cool und sagen mkdir. Das heißt, wir legen eine neue Directory an. in unserem Fall einfach socket.io. Drücken Enter. Sagen cd. Und, ne, cd war falsch. ls. Aber ich bin jetzt zu weit drin. Punkt, Punkt. Slash. Share. Slash. Web. Slash. Socket. Socket.io. So. Okay, es hat nicht funktioniert. Was heißt, ich muss mich irgendwo vertippt haben. Gehen wir mal so. Funktioniert auch nicht. Okay, dann müssen wir doch manuell da wieder rein. Zack. Bin hier. Ich gehe in Share. Gehe in Web. Und gehe hier in socket.io. So. Jetzt bin ich hier drin. Ich habe hier socket.io installiert. Das Ganze können wir jetzt einfach mal wegmachen. Und bin jetzt in unserem neuen Ordner drin. Und kann jetzt hier einfach, ja, Note Packages installieren. In unserem Fall mache ich jetzt einfach mal beispielsweise, installiere ich mal socket.io. Und sage hier npm install. Save. Und dann Express müsste es, glaube ich, sein. Sonst muss ich gleich nochmal kurz googeln. Das hätte ich natürlich auch vorbereiten können. Drücke Enter. Das Ganze installiert sich jetzt. Ja, das funktioniert wunderbar. Und ich springe mal eben zum Ende. So, hier sind wir. Das Ganze ist installiert. Wir haben socket.io jetzt in unserem, ja, Verzeichnis hinzugefügt. Wir können das Ganze uns auch mal ansehen, indem wir hier unser normales in den Web-Verzeichnis gehen. Haben hier jetzt ja den socket.io Ordner. Und haben hier Node Modules und Node Packages. Das Ganze öffnen wir jetzt mit Atom. Das Ganze zoome ich jetzt mal wieder ein bisschen raus, damit man ein bisschen mehr sieht. Und hat hier Atom geöffnet in socket.io. Und hier sagen wir, wir möchten ein neues Dokument anlegen. In unserem Fall sagen wir index.js. Und kopieren uns hier einfach mal Code von einem vorgefertigten Stück. Das heißt, das ist einfach das Standardding, was bei socket.io auf der Webseite steht. Das Ganze speichern wir jetzt ab. Und haben jetzt hier drin in unserem kleinen Fenster, in das ich jetzt wieder rein zoomen muss, ja, die Möglichkeit, unseren Server zu starten. Und das geht ziemlich einfach, indem wir hier einfach sagen, Node und hier sagen wir index.js. Jetzt drücken wir auf Enter. Und ihr seht hier, es ist was passiert. Und zwar auf Port 3000 hört unser socket.io Server jetzt unsere Anwendung zu. Was heißt, wir können jetzt einfach hier unsere IP eingeben. Also in unserem Fall beispielsweise die IPs wird jetzt natürlich nicht funktionieren. Hier sage ich jetzt einfach 192.168.0.20.3000. Das wäre unsere URL, mit der wir auf unseren socket.io Server jetzt etwas senden oder empfangen könnten. Aber natürlich gibt das nicht nur für socket.io, das war jetzt nur ein Beispiel, sondern wir können hiermit theoretisch jede Anwendung ansteuern, Node-Anwendung ansteuern und hosten, die wir möchten. Das heißt beispielsweise auch sowas wie JSON-Server oder andere relativ coole Node-Packages, die viel tolles Zeug machen können. Und ja, das war es für heute. So, das war es wieder für diese Woche. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst einen Daumen hoch oder einen Kommentar unter dem Video. Oder wenn ihr selbst noch etwas zu dem Thema NAS und lokales Hosting zu sagen habt, schreibt es einfach unten in die Kommentare. Ansonsten, wenn ihr diesen Channel unterstützen möchtet, unten in der Videobeschreibung findet ihr einen Link zu Patreon. Dort könnt ihr diesen Channel mit etwas unterstützen, bekommt dafür Videos eher, bekommt zusätzliche Videos und jeden Monat eine coole kleine Fragerunde, wo man mal über eure Themen und Probleme und Projekte spricht. Ansonsten, ja, sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, viel Spaß und ciao.